Im Zusammenhang mit der Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle ist ein weiterer mutmaßlicher Helfer festgenommen worden. Ein Spezialeinsatzkommando hat den 36-Jährigen nach Angaben der Bundesanwaltschaft heute früh im sächsischen Erzgebirgskreis gefasst. Er soll für die drei Hauptverdächtigen Wohnungen in Zwickau gemietet haben. Matthias D. ist der vierte mutmaßliche Unterstützer, gegen den Haftbefehl erlassen wurde. Das Fenster eingeschlagen, ein Teil der Haustür kaputt, so sieht es aus, das Ende eines Spezialeinsatzes des Sächsischen Landeskriminalamts. Am frühen Morgen waren die Beamten hier in Johann-Georgenstadt an der deutsch-tschechischen Grenze eingedrungen und hatten Matthias D. festgenommen. Er soll für das Zwickauer Neonazi-Trio, dem zehn Morde vorgeworfen werden, zwei Wohnungen angemietet haben. Dadurch, so heißt es in einer Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft, soll er das Trio unterstützt haben, unter falscher Identität und unentdeckt Terroranschläge verüben zu können. Der Tatvorwurf gegen Matthias D. ist nicht neu. Über ihn als einen der führenden Köpfe der Neonazi-Gruppe Brigade Ost hatte die ARD bereits vor vier Wochen berichtet und auch die Mietverträge öffentlich gemacht. Dass er trotzdem erst heute verhaftet wurde, für die antifaschistische Sprecherin der Sächsischen Linken nahezu fahrlässig. Es geht um ein Netzwerk, was sich um Untergetauchte gekümmert hat. Insofern liegt doch hier der Verdacht nach, dass erstens die Verdächtigen jetzt auch untertauchen oder zumindestens wichtige Beweismaterialien vernichtet werden. Das sächsische Innenministerium ist um Aufklärung bemüht, was zukünftiges, vor allem aber auch Vergangenes betrifft. Was ganz wichtig ist, dass jetzt in den Ländern selber geschaut wird, wo haben Ermittlungsbehörden in der Vergangenheit Fehler gemacht. Das passiert ganz intensiv. Dazu gibt es eine Expertenkommission auf Bundesebene, wo Sachsen dazu arbeitet. Neben der Festnahme durchsuchte das LKA die Wohnungen zweier weiterer Verdächtiger, die in das braune Netzwerk verstrickt sein sollen. Klar scheint schon jetzt, das Zwickauer Trio hatte viele Helfer.